ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde warcraft 3 ich bin ram und heute spiele ich ein weiteres 4 vs 4 ranked game habe mich für orc entschieden ja und wir spielen auf der map northein ja des weiteren bei mir im team noch zwei orcs und ein human gegner team muss ich gestehen habe ich jetzt nicht so drauf geachtet ja schon mal einfach mal was er noch gleich einer schreibt wasser spielt und ich werde meine mannschaft also meine armee sie danach angleichen erst mal starte ich mit ein paar ganz vielleicht mal wieder tauchen war doch im letzten spiel recht erfolgreich und hat auch spaß gemacht da haben wir den jungen das sieht auch sehr standardmäßig aus dass auch arbeit abgeschlossen arbeit abgeschlossen stellen wir auf jeden fall mal den tc first was hier vorne was zum blocken drin und im late game halt auch eine maschine gerade auch die aura im 4 vs 4 einfach super deswegen bin ich eigentlich auch kein freund davon wenn man ja von einer race so viele hat jetzt fehlt uns zum beispiel die vampire aura oder die volltreffer aura der potte aber nun gut man kann nicht alles haben das kriegsbeil aus alles klar das ist auch da und die ziel lässt es sich nicht wirklich schön krieg aber mal sehen grüner sollte wohl funktionieren wie lautet euer befehl für die stimme arbeit abgeschlossen wir brauchen mehr arbeit abgeschlossen das dauert es natürlich bis das zweite büro fertig ist mein leben für die homologie wie lautet euer befehl berg 75 und gerade zum kriegen erst mal ein gutes item was verlangt ihr von mir für meine vorfahren für meine vorfahren haubert abgeschlossen im moment scheint es auch überall ziemlich ruhig zu laufen bei uns im team auch kein blade master der herrschen geht also wirklich beide teams in ruhe und fliepen erstmal eine menge glanz und schamann auf 4 3 und dann sind wir weiter er geht aufbauen noch ein ring des schutzes und sie wird jetzt schon zur tank maschine wie es aussieht wenn ich dann noch als second hero den städter spiele dann sollte da was gehen ich bin bereit erstmal die exe frei was verlangt ihr von mir stomp hat alles getroffen so soll das sein stöten der oder stärke also im moment von tc alles tolle items ein großer malnertrank jawohl aber mal schauen wahrscheinlich werde ich einige items verkaufen müssen weil mein text sehr sehr lange dauert und mein second hero ja dementsprechend auch noch eine ganze zeit braucht bis da rauskommt fertig ich euer befehl meister 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 ich bin was wir wollen was wir wollen was wir wollen erst in den tag dann machen wir hier weiter dann brauche ich eigentlich überhaupt nicht ein exzellenter plan was verlangt ihr von mir euer befehl euer befehl wir haben uns noch mal schnell wir wollen schredder wir laufen euer befehl also als probleme bekommen auch nicht mehr läuft alles das kann ich muss was getan werden alles klar ich bin bereit fertig so was verlangt ihr von mir nee die anderen items möchte ich eigentlich alle gerne behalten ein exzellenter plan na mach den creep schon nee lieber hier für meine vorfahren der in der goldmine da der ist ja mega eklig mach ich ganz ungern nur mit diesem paladin der dabei ist mit dem gottesschild und der key kommt auch ordentlich rein da habe ich auch muss ich gestehen im 4-4 schon ab und zu mal meine halbe armee verloren so jetzt haben wir noch und wir ruhig ein bisschen dialen euer befehl wie lautet euer befehl so wollte ich gerade sagen wo es das item euer befehl hast in dem fall verkauf ich die tatsächlich mal fertig ja was wir wollen arbeit abgeschlossen was verlangt ihr von mir ich bin bereit kennt ihr das wenn man auf den tag wartet dass der endlich durchkommt dass man den second hero bauen kann und das ewig dauert jetzt ist er durch gleich weiter auf tier 3 second hero und geisterraiser erstmal eins ja da rechts wird auch gefaltet arbeit abgeschlossen was wir wollen ok er hat direkt das gottesschild reingeschmissen arbeit abgeschlossen arbeit abgeschlossen jetzt haben wir noch das glitzschild um sich rum gecastet jetzt haben wir noch das glitzschild um sich rum gecastet aber erstmal schnell zurück und alles nur bei ein führt meine klinge was wir wollen so weitere geisteräuser hier jetzt muss er eins noch und arbeit abgeschlossen er ist mein nächstes opfer ja 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 du drauf so jetzt oder nicht was verlangt ihr von mir ein exzellenter plan er hat er nicht gebaut jetzt aber muss was getan werden muss was getan werden ich brauche sogar noch ein zweites P3 genug gold habe ich jetzt gespart kann ich gleich richtig pumpen die ganzen gebäude auf tasten legen erstmal ja ich brauche sogar noch ein drittes P3 wir wollen wie lautet euer PC stufe 4 fertig ja haubold abgeschlossen alles nur defensive items diese runde was verlangt ihr von mir wo verstecken sich die feinde ich bin bereit für meine vorfahren ein exzellenter plan so was verlangt ihr von mir was verlangt ihr von mir so was haben wir da nice Runden ist so wichtig Arbeit abgeschlossen Arbeit abgeschlossen Pause ist nicht gut ja wir können ja lesen alter wir sind 2 gegen 1 auch wenn der taugend hat so Welten haben wir noch was so jetzt back also ich habe zumindest nichts verloren dabei haben wir ein bisschen was gekriegt ich bin bereit muss was getan hat sich der eigene mate eben ein bisschen aus dem Konzept gebracht mit seinem Pause drücken was verlangt ihr von mir nutzt meine Macht ich bin ich bin raumfeuer hört meinen ruf wo verstecken sich die feinde wer lauert ihr dich es lautet euer befehl anexzellert meine klinge schnell was verlangt ihr von mir führt meine klinge euer befehl wie lautet euer wieso sieht das gut aus ich ok ich sehe das da oben auch gut aus ich ok ich sehe das da oben auch gut aus oh hier habe ich naja zwei Batcrider muss man sagen hier kann ja auch schon Luft einheiten angreisen ich kann ja auch schon Luft einheiten angreifen doch insgesamt gehen die Ducks aber super schnell dort Und kommt der Nachtwild von hinten. So, so schießen zum Glück alle. Wie lautet euer Befehl? Okay. Oh, die Schamanen haben alle keine Lust. Ne, er hat vergessen den Wildfunk. Vernünftig zu setzen. Ich kann mir keinen Tornport holen, hat er gemacht. Das ist richtig Mistikaki. Für mich wäre das noch mal einiges wichtiger, der ich die große Armee habe. Wirklich schon eine große Armee. Wie lautet euer Befehl? Benutzt meine Macht. Und so, Anti, er sollte reichen. Wir brauchen ein nächstes Opfer. Ich bin bereit. Was soll ich abfackeln? Euer Befehl. Für meine Vorfahren. Fertig. Blauer Troll hier. Ja, Hördling. Blauer Troll hier. Für meine Vorfahren. Warte. Warte, was sollst du dir von mir? Wir brauchen mehr Gold. Na, guck. Oh, da oben ist er. Da ist er, er will, wieder der Ort. Äh, der Handel. Das gefällt mir. Mit meinem Bad Rider. Und meine Bad Rider. Da brenne ich schon drauf. Jajaja. Jajaj. Jajaja. Los Kamikaze. Oh. Das hat doch schön gemacht. Jetzt kann ich hier meine Kompad zur Fähigkeit natürlich nicht einsetzen. So, ich löste einen Schiff, aber. Jetzt aber. Kopf, Kopf. So, alle Dornen. Okay. Da kommen Huntress. Ah, das ist eine Runde nach meinem Geschmack. Läuft das jetzt alles ganz hervorragend. Oh. Kommt wohl noch ein 10. Jetzt muss ich hier weiter zu expandieren. Die nächsten Helden werden clasht. Ich bin bereit. Wir können nicht wollen. Ja, Huntling. Ein exzellenter Plan. Fertig. 12 Mal mit mir, Mates. Führt meine Klänge. Schaut euch um. Benutzt meine Macht. Ich kann hier nicht. Das kann ich. Ja. Aber gern. Aber, aber. Aber gern. Das kann ich. Alles klar. Aber gern. So. Tauern wir richtig schön noch ein. Wir brauchen mehr Dorn. Wie lautet euer Befehl? Führt meine Klänge. Zauberschab der Versur. Ich bin bereit. Euer Befehl. Ich bin Feuer und Flamme, Mann. Wie lautet euer Befehl? Ja, Huntling. Hm. Was verlangt ihr von mir? Mein exzellenter Plan. Ich muss ja noch Freikirus reißen können. Oder ob ich gleich wieder zurück muss. Alter, was ist das denn? Vier Schlagbäuser. Was verlangt ihr von mir? Ja, Huntling. Ich bin der Hecht nicht zuerst. Unsere Verbünde ist mein ganzer Stompfer. Wen töte ich zuerst? Mit Vergnügen. Wir haben doch verdammt viel. Der Held unseres Verbündeten. Nein. Leute. Da oben ja. Okay. Wir brauchen nicht mehr Porten. Befehl. Wir sind ganz hoher. Was verlangt ihr von mir? Der Kriegshäuptling. Ich bin bereit. Mein exzellenter Plan. Bald abgeschlossen. Bald abgeschlossen. Fertig. Bald abgeschlossen. Ich werde meine Vorfahrt angemeldet. Schon einige Power-Tools. Wo sind die beiden? Wo sind die beiden? Boah. Das sind alle. Ziemlich alle. Jetzt kommt der Dantel. Die Mail von mir. Tschüss. Ich habe schon fast rausgefordert. Oh, what a fight. Das ist super. Eine Killwave folgt der anderen. Die tauren. Schnitzeln hier alles nieder. Das ist verrückt. Aber das ist bei weitem kein klarer Sieg. So ein knappes Ding. Okay, mein TC Level 6. Portemar war auch schon Stufe 5. Was ist denn da mit der Rolle hier? Und die Potemar war ein 4 vs. 4. Das kann auch mörderisch werden. Jetzt ärgert man mich aber hier, der Gegner. Jetzt sammeln wir hier mit meinen Maze. Dann werde ich auch noch abgefangen. Aber da ist der andere Ork. Jetzt sind meine Fiends geswitcht. War das ein geiles Buchschild. Jetzt bin ich in die Zorn. Na, Porto Tauros. Nutzt meine Macht. Wie lautet euer Befehl? Vielleicht in einem solchen Arkt-Match-Gilder ist er. Boah. Hier der Keeper. Armer Kerl. Ich bin bereit. Ja, ich hatte gefragt wegen der Arkt-Match-Aura. Was wir wollen. Oh, 2 Level 3 C's. 2 Level 6 C's. Dann machen wir das Band-Volkens an. Okay, sind das hier Schlachten. Ich werde jetzt auch mit der Süd noch was denn liegen. Ich weiß nur, dass mein Schellwahn kein Sicherheit ist. Aber jetzt stirbt immer mehr hier von meinem Team. in den Felden gehen wir lieber raus jetzt ich glaube ich klappe auch anders die Abos machen uns das Leben hier richtig schwer und jetzt kommt auch noch Ultimate wie super verrückt so mein Shadowhunter ist aber auch schon wieder zurück ja da kann man nur wow sagen das war echt krass ja ich kann es nicht sagen liebe Zuschauer ich weiß es nicht lassen wir uns überraschen das wird auf jeden Fall eine ganz hartes Game also ist es wie jetzt schon aber das werde ich brauchen jetzt kommen sie zu meiner Exe nicht zuerst das Dingo Mann was verlangt ihr von mir wenn ihr uns teilt nicht schön ich bin bereit ne da können wir noch nicht ein Human der Malou schreibt der hat viel zu wenig Alter das ist das noch nicht aber wir haben eigentlich nur Front nichts was an der Backline steht ich wünsche mir ich hätte jetzt massenhaft Katapulte oder der Human Mass Mord damit würden wir nämlich richtig rocken Goldmine auch noch eingestürzt jetzt wird es eng und schade dass ich nicht die obere Position oder so habe die da würde ich jetzt nämlich mit meinem Raider erstmal ganz schnell rüber gehen ein paar Gebäude zerlegen und wieder zurück aber so nicht und jetzt müssen wir hier gleich fighten Orange hat sich ja glaube ich ordentlich eingetowert ich versuche hier von hinten zu kommen und was abzufangen das sind viele Tower das ist gut okay aber das viele Monster von Drake Ich bin hier auf Kodos. Die tauchen weg, das sind die ganzen Abos. Jetzt schaue ich auch ein TC. Boah, das ist böse ein Zingel. Was ist los? Jetzt brennen sie mich. Level 5 Shadow Hunter. Wie lautet euer Befehl? Uuh. Ja, das stimmt schon, wir haben... Ja, das war, was ich vorhin am Anfang gesagt habe. Die haben die Vampire Aura. Mit dem Schreckenslord. Die haben die Fottom Aura. Und auch diese Ultimates, also die vom Schreckenslord ist okay. Es hilft nichts. Genau, und die Fottom Aura, äh, Ultimates halt auch, versuchst du mir zu, äh, zu, ähm, über die Wadze an, zu wetten. Ja, wo ist die Fottom? Wo ist die Fottom? Ja. Kannst du mich sehr früh abbrechen? Boah. Okay. Oh, 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 oh. Konnte ich zurückschlagen? Hat der Human an? Sehr schön. Ich bin hoffen, dass den Gegnern auch das Gold ausgeht. Ich bin hoffen, ich habe auch kein Gold mehr. Es tut mir sehr leid. Schicke ich alle so zum Gold sammeln. Euer Befehl. Euer Befehl. Bereits zu uns. Hier sind sie. Boah. Am eintauern. Schicke. Los, hinter. Ein exzellenter Plan. Unsere verbündete Stadt wird angeklärt und angeklärt und angeklärt. Okay. Okay, jetzt kann ich mich bereit sein. Ich bin gelaufen. Komm, erst mal die Trauer, ich bin wieder mal. Ich bin ein Bloodluster Mauna vorbei. Zwei Schamanen an der Zeit. Und der Arkmage in der Nähe. Das ist gut wegen der Aura halt. Boah. Das war ganz schön knapp. Das kommt nicht so gut mit dir durch. Ich schicke uns aber komm nicht an. Er ist zu weit hinten. Der Portal. Boah. Hier. hat er noch mal die Ultimate rausgehauen. Ja, ich hab nicht mal Gold für den Tornportal jetzt. Schredder kann ich auch noch mitnehmen. Schredder kann ich auch noch mitnehmen. Und mein Mate mich mit dem Shadowhunter mal wieder hochheilt. So. Oh. Paladin down. Und der kann ich auch nichts machen. Tut mir sehr leid, mate. Aber da ist kein anderer. Das ist gut mit der Lina, ne? Okay, komm. Jetzt gehen wir auch hin. Schnell den Piss hier reinhören. Und denn hier kann ich schon ein Level 6 Helden killen. Ah. Kann er noch fort, ne? So knapp. Oh, 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 oh. Ultimech. Okay, ein Gegner ist raus. Wie kann man da jetzt rausgehen? So, ich versuche mit dem TC die wegzuhalten. Ich habe ja einmal den Ankh. Oh shit, hinter mir kommen sie aber alle. Ob das jetzt fest die Idee war? Hauptsache da unten ein bisschen Zeit, wenn ich noch... Das ist ein Kling, kann ich nicht mehr raus. Das kann ich jetzt schon sagen. Dann können wir hier die Potten, müssen wir wegnehmen. Ah, hat er mich eingeschläfert? Nein, 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 nein. Sleep. Boah. First-Round-ed. Damn it. Damn it. Fällt mein TC gleich nochmal. Damn it. Das war jetzt semi-gut. Was ihr wollen? Alles klar. Aber wir können das immer noch gewinnen. Potem ist glaube ich auch laufen gegangen da. Mit der Kolos muss ich gleich vernünftig fressen. Und dann brauche ich genug Mana für die Ulti. Ich glaube 150 brauche ich. Aha. Ich hole jetzt noch keine Vielfalt rein. Gold. Wenn wir Gold hätten, Junge. So, jetzt auch fassen wir. So, jetzt lasse ich mal die Ultimette ein. Jetzt kann ich jetzt nicht sterben hier in dem Bereich. Jetzt fressen wir ordentlich das weg. Find Nummer 3. Find Nummer 3. Und Find Nummer 4 gefressen. Hahaha. So. Die müssen jetzt alle schon verdaut werden. Dann gibt es noch mal ordentlich Erfahrung. Das war ein sehr, sehr geiler und wichtiger Fight. Also war es wahrscheinlich doch richtig mit meinem TC. Nächster Gegner ist raus. Ich verkaufe jetzt alles mögliche. Dass ich meinen TC wiederholen kann. Ah. Brauche ich gar nicht mehr. Alle Gegner raus. War auf jeden Fall ein mega krasses Game. Und also einige ultra heftige Schlachten dabei. Konnte so oder so ausgehen. Ja und ich hoffe euch hat das Game gefallen. Und wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Einen netten Kommentar. Wenn ihr noch nicht habt. Natürlich auch über ein Abo. Oder ganz besonders auch über eine Kanalmitgliedschaft freuen. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Game. Euer Ram.